hallo 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 weiter geht es mit einem weiteren video hier auf einem wunderbaren kanal ich bin der las und ich grüße euch ganz herzlich zu einem ankündigungsvideo es geht schon wieder um checks und fidget die bombe sie ist bald hier am start beziehungsweise geht bald hoch hier sieht man den counter läuft ab w53 internationaler server startet ja freitag 21 1 22 um 16 uhr ich bin ja dabei aktiv mit aktiven videos auf meinem kanal das heißt sie werden wieder hat rasiert er gegen den strich mit benzin amana koi es sieht richtig krass werden plus es wieder live stream geben oh ja live starten wir zusammen wenn ihr bock hat natürlich diesen server wo auf twitch twitch.tv zuschauer 90 link unter beschreibung geht es dann dort ab 15 uhr los auf dem freitag das heißt wir eine stunde zeit müssen zu quatschen und so weiter und so fort was so passiert aber das coole daran ist ihr könnt was gewinnen und was könnt ihr gewinnen ganz viele pilzige sachen ja ihr habt richtig gehört pilzige sachen und zwar player dachte sich jolo ich hau mal einen raus dankeschön dafür und normalerweise ist ja ein gewinnspiel so man hat eine begrenzte anzahl an sachen die man verschenken kann es sind ein paar leute es sind leute da man kann so viele sachen verstecken und meistens bekommt nicht jeder was das geile daran ist ihr könnt alle was bekommen wirklich alle können an diesem gewinnspiel teilnehmen und jeder bekommt pilze jeder von euch auch wenn hier 5000 leute einschalten würden das wäre schön aber ich kann es mir gerade nicht vorstellen beim aktiven last was natürlich sich ändert nächste woche geht es ja richtig los mit videos jeder von euch kann wirklich pilze gewinnen und wie funktioniert das ganze und zwar mit einem code ein coupon ich werde kurz einblenden hier ist es so großartig ist es so geil hier so weiter der coupon der zuschauer lb 53 das ist der code der creator code quasi wenn ihr den benutzt bekommt ihr alle es gibt keine begrenzung bloß natürlich man darf es kann es nur einmalig benutzen und nur auf w3 w53 das heißt ihr könnt leider nicht auf andere server benutzen aber jeder der diesen server neu startet und am start ist bekommt quasi dann kostenlos über diesen code die man bei den coupons eingibt werden gleich sehen wie das funktioniert 50 pilze ein greifendrachen meine ich war es von mount ich kann es nicht ganz definieren was ein greifen dran und ein lebenstrank drei sachen quasi kostenlos einfach so herausgeballert für euch und das war es noch nicht denn man kann weiterhin noch dann in dem live stream ab freitag ab 15 uhr 750 pilze gewinnen also wenn das denn die hausnummer ist weiß ich auch nicht das heißt 50 pilze für jeden sicher mount und ein lebenstrank plus jeder hat noch die chance ein paar extra pilze sich zu gönnen natürlich die 750 pilze sind aufgeteilt auf mehrere codes die ihr dann benutzen könnt ich meine sogar auch auf jedem server nein die sind auch nur auf w53 das heißt diese coupons im wert von bis zu 750 euro beziehungsweise 750 euro nicht schuldigung sondern pilzen kann man auf w53 auch benutzen und das geht quasi dann erst ab wenn der server start ist ja logisch war vorher kann man nicht eingeben also leute für jeden save 50 pilze plus noch eine chance von weiteren 100 oder vielleicht sogar 50 wer weiß wir werden es sehen das geht dann im stream ab und wie man das ganze benutzt die diesen creator code hier wenn ihr denkt jetzt ich ich habe bock auf 50 pilze nass ich will die mitnehmen und ich bin am server dabei auf jeden fall und ich kann jetzt ziemlich gucken weil ich arbeiten muss keine ahnung weil ich zufällig noch ein haus bauen muss oder irgendwie andere aktivitäten durchführen muss vielleicht meine freundin beglücken oder was auch immer habt die möglichkeit und zwar ihr habt sich schon vorher angemeldet geht ja schon der oder mail ist dann später an ist ja egal auf w53 dann geht hier auf kaufen hier unten hier drüben und hier oben seht ihr also hier oben quasi was aufdauert steht coupon funktioniert erst im server start und zwar hier könnt ihr alle den creator code dann quasi zuschauer lp 53 eingeben ich weiß nicht dass der groß muss ich glaube schon gibt es lieber z groß ein zuschauer als großes set lp dann quasi auch groß und 53 und ihr bekommt alle natürlich nur einmalig pro account wenn ihr euch auf w53 anmeldet 50 pilze ein mount und lebenstrank ist das nicht geil das ist richtig geil das heißt jeder bekommt erst mal ein paar pilze auf den deckel und das schmeckt mir doch ziemlich gut hei 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 plus weitere 750 pilze kann man gewinnen im stream am freitag ja das war es auf jeden fall von der ankündigung ich habe sehr lange gebraucht diese jetzt zu machen also ich glaube 56 versuche ich wurde auch gerade geboostert war links daran und ich bin schon auf wolke sieben wer weiß gleich gleich weg hier vor lauter impfsachen hier die ich am start habe weil ich habe so hart bock drauf ab wie gesagt ab nächste woche starten die videos richtig aktiv dann geht es richtig auf meinem kanal da könnt ihr gerne einschalten und euren freunden wen auch mal erzählen der last is back to business ab montag rasten wir komplett aus gegen den strich ihr wisst bescheid mit so vielen videos und freitag live stream ab 15 uhr twitch.tv zuschauer 99 wo ihr pilze gewinnen könnt und wir können zusammen auf jeden fall hier auf dem server starten ich habe schon gesehen ich habe mage erstellt meinen alten avatar meinen alten namen alles am start ich bin gespannt was passiert ich bin richtig gespannt ja 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 das wird großartig das wird sowas von toll ich freue mich auf euch wenn ihr bock habt ne könnt ihr gerne meinung und so weiter in die kommentare schreiben lasst auch ein like da wenn ihr bock habt auf jeden fall auf shakes und fidget ich bedanke mich dass eingeschaut habt habt noch einen schönen tag bis zum nächsten mal tschüssi bis zum nächsten mal tschüssi